So, herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Mein Name ist Mira, Mira Mann im roten Anzug. Heute stelle ich euch eine weitere Technik, eine weitere mentale Einstellung des Energy Flows vor. Und zwar alles gewinnen. Stell dir bitte vor, du bist in einer Situation, vielleicht bist du gerade jetzt in dieser Situation und dir geht es richtig, richtig schlecht. Du hast vielleicht eine ganz schwierige Situation gerade in deinem Leben und du denkst, du bist am Ende. Du bist im Tal. Und weißt keinen Ausweg mehr. Jetzt entscheidest du selber, wie du das für dich interpretierst. Und es ist ganz einfach. Wenn du in deinem Leben nichts mehr zu verlieren hast, heißt es im Umkehrschluss, die andere Seite der Medaille, dass du alles zu gewinnen hast. Wenn es eh nicht mehr schlechter werden kann, wenn es eh nicht mehr schlimmer werden kann, kann also alles nur noch besser werden. Es liegt in deiner Einstellung, wie du es siehst, welche Seite der Medaille du sehen möchtest. Dabei wünsche ich dir, dass du die Einstellung hast, dass du jederzeit alles in deiner eigenen Hand hast und sofort alles gewinnen kannst. Dabei viel Erfolg. 2 3 4 4 2 5 5 Bis zum nächsten Mal.